Da hängen nichts drauf, oder? Haben Sie was da drauf gesinnt? Ja, und so sollte es sein, wenn man vernünftige Mekker da hat, die dann auch in der Haut die Tränen wirft. Und genau mit den Lischachen und so, meine ich, brauchen Sie morgen gar nicht zu dischen. Und wenn man sieht, so kann Sie auch den ganzen Tag im Büro setzen und der Haut wirft immer noch lebendig. So, dann schaust du das? Ja. 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 Ja, wie geradeaus und dann, ich glaube, einfach irgendwo da. Was sehr wichtig ist, ist, dass man muss Hagescreme drauf haben, weil das auf alle Schutz und Pflege für das Haus ist. Ja, ich glaube, auch so werden diese Workshops aufgehört, aber ich bin froh, dass diese Dich noch hat, dass sie noch nicht mehr trainieren. Ja, ich bin froh, 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 ich bin froh.